Bojelin ist ein Pokémon mit dem Typ Wasser, existiert seit der vierten Spielgeneration und entwickelt sich aus Barmelin. Bojelin ist ein mittelgroßes otterartiges Pokémon mit hauptsächlich orangefarbenem Fell. Ausnahmen bilden hier der Bauch, die Schnauze bis über die Wangen, ein Kreis am unteren Ende seines Fußes als auch die Spitzen seines Schweifs. Diese Körperregionen sind in einem breiten Farbton gehalten. Bojelin verfügt über insgesamt zwei Blaue Flossen, die aus der Elle des jeweiligen Armes hervorkommen. Es kann vor allem Wasserattacken mit physischer Kategorie erlernen, aber auch ein paar spezielle Attacken und hat dadurch mit Nassschweif, Hydro-Pumpe oder Wellentackel starke Attacken, hat aber auch mit Agilität beispielsweise eine gute Statusattacke. Hat zudem die Fähigkeit Wassertempo, wodurch es bei Regen eine höhere Initiative hat und die versteckte Fähigkeit Aquahülle, wodurch Verbrennungen verhindert werden. Bojelin ist meistens im Wasser anzutreffen, da es sich dort am wohlsten fühlt und zählt die Nähe von Häfen zu seiner Heimat. Charakteristisch für das Pokémon ist sein zweigeteilter Schweif, den es wie eine Schiffsschraube rotieren lassen kann. Diesen nutzt das Pokémon, um sich blitzschnell im Wasser fortbewegen zu können. Ungeachtet dessen ist es auch auf dem Land anzutreffen, wo es nichts an seiner Geschwindigkeit einbüßt und somit zu einem flinken sowie gefährlichen Gegner werden kann. Bojelin hat durch die Anpassung an die Jagd im Wasser den charakteristischen Rettungsring, der um seinen Hals geschwungen ist, entwickelt. Um die Umgebung im Blick zu behalten, füllt es ihn mit Luft, um seinen Kopf ständig über dem Wasser halten zu können. Mit aufgeblasenem Ring kann es einen Menschen problemlos auf seinem Rücken tragen und zeigt große Fürsorge, indem es Ertrinken rettet. Tauchen kann es hingegen nur, wenn es die Luft wieder hinausbläst. Bojelin nimmt in seinem Rudel die Rolle des Oberhauptes ein und ist zum größten Teil für die Nahrungssuche und Versorgung verantwortlich. Dabei stellt Bojelin den zweiten Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe dar und entwickelt sich auf Level 26 aus Barmelin. Optisch sind hierbei keine großen Änderungen zu erkennen, außer dass der gesamte Körper etwas in die Länge gezogen erscheint. So verfügt Bojelin nun über längere Schwimmhäute an seinen Arm und der Rettungsring, der sich einst um Barmelins Hals schlang, führt nun vom hinteren Teil seines Halses seitlich an seinem Bauch vorbei und verbindet sich schließlich an seinem Rücken wieder. Alles in allem hat Bojelin bei der Entwicklung seine abgerundeten Körperstruktur abgelegt und wirkt nun wesentlich kantiger. Und mit seinem Typ Wasser nimmt es halben Schalen gegen Stahl, Feuer, Wasser und Eisattacken, doppelten Schalen gegen Pflanzen und Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.